Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Verloch-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K21. Hier in der Off-Season lasst uns gar nicht viel Zeit verlieren, wir gehen direkt rein in den Draft. Es ist mit Abstand der europäisch geprägteste Draft und wir gucken jetzt mal, wem die Fahnen da so picken. Und sie holen sich tatsächlich Alejandro Perez aus Spanien, okay. Ich hätte gedacht, es wird doch Erjan Aziz. Potenzial ist die aufregendste und die furchterregendste Eigenschaft, wenn man über Spieler spricht. Ich habe mit den Scouts der Fahnda über Perez gesprochen. Sie sind überzeugt, dass sein Potenzial ihn zum Besten... Naja, mal gucken hier. Die Utah Jazz holen sich Erik Micia, okay, aus Rumänien. Point Guard. Erik Micia ist einer dieser internationalen Spieler, die mit jedem neuen Artikel, den man über sie liest, neue Fähigkeiten entwickelt haben. Ich weiß inzwischen nicht mehr, was ich glauben soll. Aber nachdem die Jazz ihren Lottery-Pick für ihn genutzt haben, glauben sie alle, was sie schreiben. Okay, gucken wir mal, wann Aziz gezogen wird. Jetzt von den Cleveland Cavaliers auf Platz 3 erst. Okay, ein bisschen gefallen also. Ich bin ein großer Fan von Aziz. Er hat zwar nicht Highschool, AOU, College durchlaufen, aber ich bin überzeugt, dass er sich blitzschnell und nahtlos in die NBA einfügen wird. Stand da wahrscheinlich jetzt hier Philly. Matteo Toscanos, Italien. Okay. Über Matteo Toscanos ist nicht viel bekannt und die Fans der 77er sind verständlicherweise ein wenig besorgt, dass ein solcher Spieler in der Lotterie gedraftet wird. GMs lieben diese mysteriösen internationalen Spieler einfach. Wem holen sich die Nets? Malik Pavlovic aus Slowenien. Power Forward. Okay. Pavlovic hat beim Draft Combine seine Qualitäten als Werfer bewiesen, indem er mehr NBA-Dreher getroffen hat als jeder andere Power Forward. Jetzt gehen wir zu den Los Angeles Clippers rüber. Und die holen sich Charlton Johnson aus Denver mit dem sechsten Pick im NBA-Draft. Okay. Johnson hat in der vergangenen Saison 21,4 Punkte pro Spiel erzielt. Mehr als jeder andere im Land. Die Clippers brauchen dringend noch einen Scorer. Sie hätten mit diesem Pick keinen besseren Spieler finden können. Jetzt hier die Dealers. Das einzige Franchise-Team, das neu dazukam und nicht so überzeugt hat. Und die haben tatsächlich O.J. McAleese geholt. Ich würde so weit gehen, zu sagen, dass O.J. McAleese einer der beste Dreierschütze im ganzen Draft ist. Das ist ein fantastischer Pick von den Dealers. Und wer wird zu Heat stoßen? Zach Bishop. Okay. Mit dem achten Pick im NBA-Draft holen sie sich Zach Bishop. Ich war wirklich beeindruckt davon, wie Bishop für Utah letztes Jahr die Passwege zugemacht hat. Mit seinen 2,5 Steals pro Spiel war er der beste Balldienst der Liga. Okay. So. Und wir? Du hast 28 Trade-Angebote. 28 Trade-Angebote. Gucken wir uns mal alle an. Richardson und Schröder. Grant. Furnier. Collins. Sheldon Johnson. Den haben sie ja selber erst eben gepickt. Das hat ein sehr viel Potenzial. A-. Wir gucken mal weiter. Zach Bishop. Miles Bridges. Small forward halt. Okay. Trent. Bonga auch gar nicht so uninteressant. Also wir haben zwar ein paar Pigs. Wir haben ein paar Angebote. Aber alles auch nicht so super langfristiges. Wir gucken uns mal lieber an, wen wir hier noch haben. Wir haben Bunnage noch mit dabei. Santa 77. Ist richtig gefallen. Der war bei den meisten tatsächlich hier. Okay. Auf Platz 6. 6 und dann einmal 10. Maguette. Dann haben wir noch Paciani. Und der ist auch super heftig gefallen. Also muss man sich auch mal geben. 7, 3 und 4. Und wurde noch nicht gepickt. Aus Italien. Point Guard. Bestenfalls Patrick Beverly. Starter. Schlechtestenfalls Patrick Beverly. Nicht in der Liga. Okay. Hat ein gutes Gespiel. Viel Turnovers. Kann meiner Meinung nach in der NBA seinen eigenen Wurf kreieren. Starke Sprungkraft wird ihnen helfen im Bedrängnis abzuschließen. Schwäche. Keine auffälligen Schwächen. Okay. Punkte hat er 16,9 gemacht. 7,8 Assist. Wurfquote super. Die 3er richtig schlecht. Muss man aber sagen. Okay. Werfen kann er auch nicht wirklich. Außer von der Zone aus. Spielaufbau ist super. Perimeter Defense ist A-. Also ist deswegen wahrscheinlich auch mit Beverly verglichen worden. Ist so ein schöner Verteidiger. Und wir haben nicht die beste Verteidigung. Dann wäre es vielleicht ganz nice. Wenn Kyrie geht. Dann haben wir mit Marcel Gartner schon so einen spielaufbauenden Point gehabt. Der aber gleichzeitig auch 3er werfen kann. Und wenn wir dahinter nochmal einen Defender hätten. Dann wäre das gar nicht mal so schlecht. Wir haben auch noch Tim Schneider aus Deutschland. Small Forward. Aber eine Position, wo ich eigentlich keine Probleme habe. Maguette. Power Forward haben wir in der letzten Saison schon geholt. Super Rebounding. Ist aber auch schon 23. Tim Schneider 20. Paciani 22. Was hat denn er an Potenzial gehabt? B+. Was hätte Schneider? A-. Und Barnage? A-. A-. Aber Center haben wir Kevin Gore als auch Bamba natürlich. Power Forward haben wir Gordon dazu geholt. Wir haben Danny West. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt jemanden. Und wenn, dann würde ich mich schon klar verstärken wollen. Schneider hört sich zwar sehr interessant an. Weil er Small Forward bis Point Guard spielen kann. Das ist natürlich auch nochmal was. Kann die 3 annehmen. Spielaufbau. Perimeter ist aber. Er hat halt defensive Schwächen. Defensiv ganz klar schwach. Und das brauchen wir dann jetzt erstmal nicht. Ich glaube ich nehme auf jeden Fall Paciani. Wenn hier nicht noch irgendwie was ist. Die Rest haben wir gar nicht. Ne. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier den Point Guard. Der gute Perimeter-Defenser. Two-Way-Finisher. Punkte in der Zone. Perimeter-Defenser. Und Spielaufbau seinen Stärken. Ist ein bisschen nach unten gefallen. Für uns gut. Dementsprechend picken wir ihn. Mit unserem 9. Pick hier. Ist denke ich eine gute Verpflichtung hier der Italiener. Ich bin so begeistert von der Perimeter-Defense von Paciani. Ich glaube er wird nächstes Jahr einer der besten Perimeter-Verteidiger der Liga sein. Als Rookie. Er versteht sich von selbst, dass der beste Perimeter-Verteidiger in diesem Draft-Jahrgang ist. Okay wir gucken uns nochmal bis Pick 15 alle an. Nicolas Maguette aus Frankreich tatsächlich jetzt hier erstmal zu den Detroit-Pistons. Die mal wieder einen hohen Pick haben. Nicolas Maguette ist ein Spieler über den wir nicht viel wissen. Man muss hoffen, dass die Pistons ihre Hausaufgaben gemacht haben. Was ihn angeht. Wir pausieren mal kurz den Draft und können uns das mal kurz angucken. Ich gehe jetzt einfach mal hier so rein. Und zwar die Pistons. Jetzt dauert das hier ein bisschen. Weil die haben ja echt ein heftiges Team. Wenn ihr euch das mal so anguckt, zukunftstechnisch sind die so super aufgestellt. Also gebt euch das mal. Garrity, Smallford, noch 22, vor zwei Jahren gepickt. Und hat eine 84, ist ein 3&D-Wing. Dann hast du hier Johnny Nett. Er ist einfach eine offensive Gefahr, steht da oben hier auch. Und ist der beste Pointguard. Also er wird wahrscheinlich der beste Pointguard der Liga werden. Okay man hat noch Morant und Young. Aber ich sag mal so, er wird irgendwie ein Top 3 Pointguard safe werden. Hast du Morant, der jung ist. Naja, den sie jetzt auch schon länger gebunden haben. Und jetzt kriegst du auch noch Maguette dazu. Hast allgemein ein junges Team. Also die Zukunft gehört definitiv den Detroit Pistons. Und jetzt hier die Cavs. Die holen sich tatsächlich Igenaz Barnic, der richtig weit gefallen ist. Auf Nummer 11. Interessant, Barnic ist ein Kraftpaket. Er hat beim Draft Combine 28 wiederholenden Bankdrücken geschafft. Mehr als jeder andere Spieler dort. Damit sollte er in der MB die Zone dominieren können. Okay. Die Kings. Wem holen sich die Kings? Wir haben einen Trade zu verkünden. Okay. Schauen wir mal, was da getradet worden ist. Gegen Miles Bridges und Cissé. Okay. Die Hornets wollen da so ein interessantes Talent holen. Und holen sich tatsächlich Tim Schneider. Okay. Der Deutsche. Tim Schneider zu den Charlotte Hornets. Ein sehr kluger Pick der Hornets. Ich bin begeistert. Schneider ist wahrscheinlich der kreativste Playmaker, den ich seit Jahren gesehen habe. Es wird gewaltigen Spaß machen, sich die Spiele des Teams anzusehen. Also, der Deutsche auf jeden Fall bei den Charlotte Hornets. Die Bulls. Nächster Trade. Jetzt wird hier ein bisschen getradet. Okay. Erstrunden-Pick gegen Erstrunden-Pick. Wem holen sich die Fanda für den Pick? Raúl Cruz. Okay. Aus Puerto Rico. Internationaler Draft-Jahrgang auf jeden Fall. Da steht es ja auch wieder einer dieser internationalen Spieler. diesen, ja gut, derselbe Satz, den wir vorhin schon mal hatten. Gucken wir auf jeden Fall gleich noch Pacers und Timberwolves-Pick an. Und dann reicht das natürlich auch. Dann sind wir hier sehr intensiv in diesen Draft reingegangen. Kevin Sarakowskas, Shooting Guard. Mit Sarakowskas bekommen die Pacers einen Spieler, der absolutes Vertrauen in seinen Wurf hat. Wenn sie seinen Basketball-IQ noch verfeinern können, wird er in der NBA absolut tödlich sein. Und der letzte Pick haben die Minnesota Timberwolves in der Rügensicht, Taylor Price aus Georgia Tech. Okay. Ich habe einige Experten in den Medien sagen hören, dass Price ein Zweitrundentalent ist. Das sehe ich vollkommen anders. Die Timberwolves haben mit ihnen an dieser Position einen echten Stil gelandet. Da bin ich mir sicher. Na gut, dann würde ich jetzt sagen, simulieren wir erstmal bis zum nächsten Pick. Wir haben hier sogar noch einen Pick. Wir hier von den Orlando Magics. Okay, wer ist denn noch da? Jetzt haben wir wahrscheinlich niemanden mehr so richtig viel gescoutet, ne? Louis Erhan hätten wir noch. Aus Rumänien. 20 Jahre jung. Potenzial A-. Small Forward. Draft Rang wäre halt 26, sagen sie. Okay. Wir gucken mal allgemein, wen haben wir denn so hier? Nikita. Okay. Ja, es sind jetzt natürlich alles kleine Spieler, mit denen man was anfangen kann. Also wäre Erhan vielleicht schon der Bestenfalls Kent Baseball. Okay. Richtig guter Finisher. Wisst ihr, was können wir ja erstmal nehmen? Er hat ja eh noch erstmal hier dieses eine Jahr in Europa. Von daher, warum nicht? Dann können wir uns erstmal angucken, was aus dem so wird in diesem einen Jahr. Und wenn aus dem eben nichts Großes mehr wird, dann können wir den danach auch erstmal wieder abgeben. Jetzt haben wir unseren nächsten Pick hier. 32 Trade-Angebote. Ulic. Okay, Zweitrunden-Picks hier. Nichts super Interessantes bisher. Vielleicht bietet ja irgendjemand noch was, was man annehmen könnte. Aber alles so Zweitrunden-Picks, ne? Ich könnte maximal, ja... Was man machen könnte, wäre das hier annehmen, ne? Das sind zwei Zweitrunden-Picks, die man in... Jawohl, nein, komm. Wir nehmen lieber ein Talent. Wir haben hier ein paar. Klimov. Was hat denn der für ein Potenzial? B-. Shooting Guard. Hätte noch zwei Jahre in Europa. Wäre vielleicht auch ganz gut. Dann kann man sich den auch nochmal angucken aus Russland hier. Nikita Klimov. Und wir haben noch einen Pick sogar. Okay, weiter geht's. Ja, noch einen Zweitrunden-Pick tatsächlich. Fünf Trade-Angebote, aber... Da wählen wir das nächste Talent. Haben wir hier noch eins tatsächlich? Tyler Mann. Hat eine 56. Können wir mit dem was anfangen? B-Potenzial. Seth Daniel auch B-. Ja, wem nehmen wir hier jetzt? Nehmen wir ihn einfach mal, komm. Wird wahrscheinlich eh nicht verpflichtet. Wird wahrscheinlich eh nicht verpflichtet. Aber wir gucken uns das an. So, also wir haben hier Perez. Der ist tatsächlich hier bei dem Thunder gelandet. Hat halt eine 76. Danach haben sie hier Mika geholt mit einer 74. Und interessant, dass Aziz tatsächlich mit einer 78. Bisher beste Bewertung. Echt nur auf drei gedraftet worden ist. Toscano, Pavlovich. Okay. Maguette hat eine 77. Interessant. B-Potenzial eine 76. Unser Pick hier übrigens, ne? Paziani mit einer 75. Gucken wir uns die anderen auch nochmal an. Wo sind denn wir? Erhan haben wir hier. Erhan hat eine 68. Okay. Kann man sich ja dann angucken, das eine Jahr. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Klimanov hat eine... Erh, Klimov hat eine 59. Und zweite Runde. Dennis Kolomak. Boah, hat eine 64 immerhin. Und Juri Klimov. Gegen zu ihm Klaaraken. Der zweite Klimov, anscheinend ein Bruder. Naja, gehen wir mal vor. Rookie-Verpflichtungen. Denn jetzt lege ich mal ab. Und hier haben wir natürlich die Rechte. Von daher, wieso nicht, können wir uns das angucken. Und Paziani wird natürlich angenommen. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall jetzt mal hier schön was geschaffen. Jetzt hier Teamspieler-Option. Natürlich nehmen wir die hier von denen allen an. Davis ist Free Agent. Tatum ist Free Agent. Donovan Mitchell ist Free Agent. Uh, okay. Adebayo. Jefferson hat natürlich angenommen. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir Capspace freimachen und dann Donovan Mitchell holen? Das könnte man jetzt natürlich auch versuchen, ne? Wenn man zum Beispiel sagt, ähm, wollen wir übrigens Davin Booker. Oder ist er irgendwie verletzt oder so, dass er weiter unten ist? Oder hat er sogar noch einen Jahr Vertrag? Einen Moment. Gehen wir mal zu den Suns. Ne, Booker hat hier keinen Vertrag. Also ist er auch Free Agent, aber warum wird er da denn eben nicht angezeigt? Naja, Qualify Offers, wir haben gar keinen. Von daher können wir das auch erstmal überspringen. Und das heißt, es geht rein in die Free Agency. Moratorium Day, ne? Davies, Mitchell, Devin Booker. Unrestricted Free Agent. Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir Capspace frei? Können wir irgendwie Capspace frei machen? Oder müssen wir es per Sign-and-Trade machen? Wir haben Stand jetzt 16 Millionen, ne? Wegen Michael Potter Jr. ja aber auch noch, ne? Die müssen wir auch noch verpflichten, darf man nicht vergessen. Dann sollten wir auf jeden Fall erstmal Moratorium Day natürlich Michael Porter Jr. verpflichten. Steht natürlich außer Frage, dass wir das tun wollen. Und der kriegt natürlich einen entsprechenden dicken Vertrag. Sodass er da am Ende eben 35 Mio kriegt. Ist natürlich ein dickes Angebot, aber müssen wir natürlich machen. Booker können wir dann wahrscheinlich nichts anbieten, so wirklich. Müssen wir dann über, muss der Hals zeigen und danach müssen wir versuchen, ihn zu traden. Gucken wir mal, ob das dann klappt. Also erstmal hier, Michael Porter Jr. ist definitiv derjenige, den wir haben wollen. Aber der hat auch natürlich eine Reihe an Angeboten, ne? Der hat viele Angebote, aber unser Angebot ist mit Abstand das Beste. Deswegen gehen wir mal einen Tag vor und gucken mal. Auf Rechte verzichten können wir alle machen, das ist kein Problem. Michael Porter Jr. hat sich entschlossen, bei den New York Knicks zu unterschreiben. Wir verlieren Michael Porter Jr. Oh, fuck. Okay. Okay, Leute. Ich muss Capspace freimachen. Das können wir jetzt ja mal wegmachen. Auf die Rechte hier kann ich auch auf alle verzichten, das ist mir relativ egal. Also, wir müssen jetzt, wenn ich Kyrie getradet kriege und, wo ist denn der, und Tyler Hero getradet kriege, dann können wir Devin Booker finanzieren. Wir müssen jetzt natürlich nur mal gucken, welches Team hat Stand jetzt viel Capspace und könnte sie nehmen. Trade Suche. Ne, machen wir mal so. Trade Vorschlag. Wir gehen mal zum Beispiel zu den Pistons, müssen wir uns doch eigentlich hinkriegen, oder? Dass man bei denen zum Beispiel sagt, ey, machen wir mal so erstmal Kyrie. Wir müssen es doch schaffen, dass wir bei den Pistons, ich will ja einen Pick haben erstmal hier vor allen Dingen. Dass man da einfach sagt, ey, gebt uns mal euren Pick. Das könnte man zum Beispiel so machen. Es ist natürlich viel zu wenig Gegenwert, das ist mir klar. Johnny Nett werden sie niemals machen, aber irgendwas, Ethan Garrity als Ersatz. Boah, das wäre nice. Das wäre nice, oder? Ethan Garrity als Ersatz für Michael Porter Jr. plus einen ersten Runden-Pick für Kyrie. Wollen sie nicht machen. Boah, okay. Ja gut, sie haben Johnny Nett, warum sollten sie es tun? Dann muss ich Kyrie woanders anbieten. Ich hätte aber eine Idee. Ich hätte eine Idee. vielleicht eine ein bisschen verrückte Idee, aber ich würde mir das halt mit Picks vergolden lassen und ich will hier unbedingt Devin Booker holen. Aber ich hätte eine Idee. Ne, ich bin schon zu weit. Was ist, wenn wir uns doch schneiden? Ja gut, der darf nicht, okay. Lonzo Ball Canber gibt es Raphael Hoke Ah, muss nicht sein, ne? Von welchem Team kann man denn ausgehen, dass sie noch relativ trash bleiben? Was wäre denn Rockets? Die haben halt auch nicht mehr so viele Picks, ne? Pistons, Lakers Pick war da eben, Pacers hier. Ähm Er zeigt die Frage, ne? Jimmy Butler Ne, das passt auch nicht so wirklich. Isaac hat einen viel zu hohen Vertrag. Ähm Lonzo Also die Aaron Fox Hoke Ist gar nicht mal so einfach. Christoph Posinges hat einen super guten Vertrag, muss man sagen. Der könnte unser neuer Power Forward werden, um ehrlich zu sein. Die Mavericks würden so halt leider zu viel verdienen. Er ist natürlich ärgerlich, ne? Weil wir können niemanden jetzt aufnehmen, der irgendwie einen richtig dicken Vertrag hat. Man könnte sich aber Dumbuya theoretisch holen. Gefällt mir aber nicht ganz, aber Randall könnte mir gefallen. 17 Mio 29 ist noch okay wie ich finde. Aber es wäre dann für die auch zu viel. Aber es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, den jetzt irgendwie hier loszuwerden, den Kyrie. Ich gehe all in wie Devin Booker, ne? Ich will ihn unbedingt haben, auch wenn das riskant ist, weil man theoretisch mit wenig Gegenwert dastehen kann. Das weiß ich. Ich bin mir dieser Gefahr definitiv bewusst. gut, die Knicks, ne? Die Knicks können uns nichts anbieten. Ähm... Keris LeVert ist jetzt auch schon 30, ne? Heftig. Irgendwie noch nichts mit dabei. Hachimura, Ingram, ähm... Kuwait kriegt einen viel zu dicken Vertrag. Es ist schwierig, ne? Sehr, sehr schwierige Situation gerade. Hm. Hayes, aber mit dem kann ich nichts anfangen. Pürtel Russell hat wenigstens einen ordentlichen Vertrag, ne? Also Russell hat einen super Vertrag, 18, noch was Millionen, für das, was er bietet. Wenn sie uns dazu noch Picks geben, sagen wir zwei Erstrundenpicks, dann würde ich es machen. Und dann gibt mir nur einen Erstrundenpick. Okay. Dann gibt mir nur D'Angelo Russell kein Interesse an dem Trade. Niemand will Kyrie, ey. Was ist, wenn wir den Red Bulls ihn geben? Leider sind natürlich die Spiele, die Covington zu alt, ne? Nigeria. Pablo und Nigeria werden durchaus auch interessant, ne? Die Dealers hätten vor allen Dingen dann endlich mal einen Star in ihrem Team. Und die könnten man natürlich Picks ohne Ende geben. Machen sie auch nicht. Dann nur Nigeria gegen Kyrie kommen. Sie wollen Bobby Roy dazu. What the? Alter, warum will denn niemand Kyrie Irvine? Ben Simmons Vertrag ist zu hoch. Die wollen sich alle die Free Agency natürlich frei halten, ne? Boah, ist das nervig. Kyrie, es wird es echt gefallen, ne? Was, wenn wir Blake Griffin ist jetzt auch keine Option so wirklich. Zach Collins 26. Jimmy Buckets, wie wäre es damit? Kyrie gegen Jimmy Buckets plus Picks machen sie nicht. Dann so. Okay. Es geht mir hier allen voran, erstmal haben wir jetzt mal einen Ersatz gefunden. Allen voran haben wir jetzt erstmal einen Ersatz gefunden für Devin Bucker, äh, für Michael Porter Jr., auch wenn er natürlich schlechter werden wird. Jetzt werde ich nämlich noch folgende Spieler traden. Tyler Hero wird getradet und im gegebenenfalls noch einen Spieler irgendwie, um ein bisschen Platz zu machen, Capspace mäßig. Ich brauche einfach Platz für den Max Contract. Ich gehe hier All-In jetzt für für Dingens. Hero will ich auf jeden Fall traden. Ich brauche gar nicht viel Gegenwert, ich will vor allen Dingen Picks haben. Karen Johnson ist interessant, Nigeria finde ich auch noch ganz okay. Randall hat zu hohen Vertrag. Jetzt müssen wir natürlich erstmal jemanden finden. Pötel, Russell, Kaminski, Kuroks hat eigentlich immer noch, den kennen wir ja auch noch, ne? Ein ordentlicher Shooting Guard wäre jetzt natürlich okay, der einfach wenig verdient. Ähm, wen gibt's denn da? Wem könnte es da geben? Stevens, ist durchaus ein interessanter Mann. Also, Cecile Booker kennen wir ja auch noch. Trend viel zu hoch, ey. Müssen echt mal so gucken. Corey Brewer, nee, Owen Brewer ist es, sorry. Ähm, eigentlich ist es mir ja sogar komplett egal, wen man dafür kriegt, ne? Hauptsache ich kriege die Verträge los. Taylor und Horton Tucker hat immer noch einen guten Vertrag. Das können sie nicht machen, ne? Hero, können wir den nicht gegen Picks tauschen? Können wir nicht zum Beispiel die Pistons einfach Picks geben? Das würde klappen. Wenn wir uns einfach die Picks der Pistons holen, drei Picks gegen Tyler Hero, er hat eine No-Trade-Klausel, nein! Nein! Oh fuck! Warum hat denn der eine No-Trade-Klausel? Ich habe doch seinen Vertrag manuell bearbeitet, da hatte er keine No-Trade-Klausel. Ich entferne die kurz, sorry, aber ich hatte den Vertrag manuell bearbeitet. Wenn ihr noch wisst, wegen diesem Fail damals, hat Pope etwa auch eine, äh, nee, Bamba eine. Ich gucke mir das kurz mal an. Spieler bearbeiten, ich gehe da kurz rein, oh, die Folge ist schon ziemlich lang. Er kann auch keine No-Trade-Klausel haben. Nee, wo ist denn der Vertrag jetzt hier? So. Kein Trade? Nein, auf gar keinen Fall. Warum haben die beiden bitte No-Trade-Klausel in ihren Verträgen bekommen? Zack. Das gleiche bei Tyler Hero, das ist ja Schwachsinn. Das gleiche bei Tyler Hero, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. dass die No-Trade-Klauseln haben. Aber wisst ihr was, Leute, Thema Trade, ich will die Folge hier nämlich nicht XXL langziehen. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir Tyler Hero auch noch wegkriegen gegen einige Picks. Ich will nicht zu viel verändern, aber ein bisschen was schon, muss ich sagen. Denn ich will einen Superstar jetzt hier im Team haben. Devin Booker oder Donovan Mitchell, einer der beiden soll es sein. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch gefällt, was ich mache. Könnt mir gerne natürlich eure Anregungen, Kritik etc. reinschreiben. Wir gucken mal, ob es in der nächsten Folge passt, dass wir Tyler Hero loswerden. Hat mir in den Playoffs einfach extrem nicht gefallen. Euer Velocion meldet sich fürs Erste ab und bye bye.